Herzlich Willkommen bei EUROTRACK SIMULATO 2 mit dem Kevin und mit dem Mr. Game Zocker. Weiter geht's nach Rotterdam und das ist jetzt auch die 50. Folge. Ja und letzte Folge leider dreimal bezahlen müssen. Naja, ärgert müssen. Zum Glück weiß ich. Und, jawohl, wie wir es am Dienstag gesagt haben, wir sind sogar noch am Donnerstag unterwegs. Und heute ist ja für euch Donnerstag. Im Spiel, also bei der Aufnahme natürlich. Naja, in die Folge kommt Donnerstag. Natürlich, jetzt nicht. Echt. Und erst am Donnerstag schon. So, offensichtlich passiert uns jetzt dich nicht mehr. Naja, werde ich schwer hoffen. Nur weil ich die Einfahrt verpasst habe. Ja, wir können es schaffen, dass wir noch dorthin kommen, nach Rotterdam. Ja, wir müssen eigentlich demnächst dann auch mal ankommen. Ja. 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 Ja, wir müssen den hier nochmal ankommen. Dann hier. Ja. Dann noch was. Ja. 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 Ja, die anderen... So... Oh, jetzt habe ich so... Mist aus dem Bauch. Ferne ist. Man sieht so... So lange nichts entgegenkommt, kann man ja das machen. Natürlich. Oh, da kommt eins entgegen. Zwei sogar. Sogar ein LKW. Jawohl. Ja, hier ist... Wupp! So... Sprechen wir den an. Hm... Eine Stunde 27 bis nach Rönnendam. Ja. Ja. Ui... Das ist ja wunderschön. Ah, was ist denn hier los? Der Berg macht ihn zu schaffen. Und weil ich den Gang dringelassen habe... Nein, das ist erlaubnis, ich fahre nur so wenig. Kein Wunder, dass ich mich dann auch überholen, wenn jetzt klar ist. Die überholen muss ich eh noch. Ja. Aber andererseits kann man auch sagen, ein LKW ist alles andere als ein Geländewagen. Man muss auch erst mal so einen Kleindack-Know kommen und scheint auch nicht gerade leicht gewesen zu sein für ihn. Hätte es wahrscheinlich doch einen anderen Gang machen müssen. Vielleicht. Oh, weiß ja. Aber beim Schnee, wenn Schnee liegen würde, wird es ja noch üblicher sein. Mhm. Ich bin jetzt sehr schwer. Ich probiere, wenn es Winter ist, den Winter-Mod reinzumachen. Da fahren wir wirklich dann Schnee und so über. Mhm. Hier ist man. Ja. Ich muss jetzt doch mal testen, ob es funktioniert. Wir sind sogar bald da, ey. In genau 47 Minuten Ankunft in Rotterdam. Mhm. Mhm. So. So. Jetzt haben wir diese Formel 80 hier. Wie die Kurve hier, oder wie? Hm. Oder da ist die hier, die Prügel dort hier. Die Prügel. Ich glaube auf jeden Fall, die wollen, dass die Prügel hier. die Sicherheit vorgeht. Und vielleicht nicht, dass man zu sehr beschleunigt. Und dann irgendwo dann außerhalb der Straßen die Begrenzung irgendwo hin poschiert. Und dann durch die Fahrt weiter fortgeführt werden kann. Oh, unser Jakob, der hat uns 4000 Mark jung. Mhm. Und ist ein Level aufgestiegen. Jawoll. Sehr gut. Immer schön, wenn man einen an der Weine hilft. Mhm. Und ist Freitag. Mhm. 1 Uhr und 20. Haja, wie müssen wir denn jetzt auch bei meiner Jury-Wahle? Ja. 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 Dann muss ich mal die Karte größer machen. Dann sieht man, wo ich reisen kann. Ich kann das ist auch noch so geradeaus. ok ich denke mal ob ich hier ja hier ein kleines Und da rückwärts fahren. Und da ist auch schon unser Ziel. So, fahren wir noch schön rückwärts. Der letzte Mal hat es, glaube ich, nicht so gut geklappt. Ich glaube, es war es nicht so. Ja, glaube schon. Da gab es gleich ein paar kleine Anfangsschwierigkeiten. Aber hier sieht es gut aus. Ja. Jawohl, sehr gut. Jawohl, mal sehen, ob wir ein Level aufgeschrieben sind oder nicht. Ausgezeichnet. Oh, kein Schaden sogar. Oh, yeah. Sehr gut. Yeah. Obwohl wir hier in der letzten Folge ein paar Umfälle gemacht haben. Trotzdem nichts. Aber hat es uns verziehen. Das finde ich ist schon mal... 54.000 haben wir jetzt. 54.000. Vielleicht könnte man ja... Mal gucken, vielleicht... Kann man in die Werkstatt gehen? Kann man mal klopfen. Ja, aber wir sollen mal ja einen Gang einlegen, ne? Ja. Also, ohne Gang einlegen geht wohl mal nichts nach vorne, ne? Mhm. Wow, Alter! Hey, Mann! Ist der blind! Mann! Mann! Ey! Das gibt es nicht! Wir wollten rausfahren und der lässt uns nicht raus. Der hält wenigstens an. Mhm. Gut so. Hallo Schwede. Ich fass es nicht. Ich wär bald bummst gegangen. Mhm. So. Manchmal echt merkwürdig, dass immer... Fast immer einmal pro Folge... Immer ne Kleinigkeit schief laufen muss. Das ist so ärgerlich. Hm. Hm. Ja, Pater! Wenn sie dich schon mal vordringen jetzt. Ne, warte mal. Ne, der trinket nicht vor. Stimmt ja. Rechts für links! Hm. Und das war ja diesmal links Abbieger. Also, heißes Wartenfilm gezeigt. Das war ja so früh. So, jetzt... So, das sehen wir schon. Mal gucken, was wir machen könnten. Vielleicht ein neuer Motor oder so. Mal gucken. Nee. Oh, das kostet aber viel. Na, ah. Motor können wir nächste... Bei nächstem Level ist Motor... Verfügung. Wie sieht's hier aus? Ah. Wir bezählen. Ok. 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 Also... Und egal wie. Lass mal erstmal. So. Mhm. Nur Lackierung. Jetzt haben wir den letzten mal drauf gemacht. Aber noch eins davon. Den hier haben wir gehabt. Wow. Das kostet nicht mehr so viel. Hm. So, jetzt sieht er wieder aus wie beim Anfang. Also nicht wie am Anfang, sondern mal mittendrin in die Folgen. Mhm. Sieht echt sehr schick aus. Ja. Der Lack. Also... Ja. Gefällt mir. Man kann sogar... Bisschen... Reifenmäßig was ändern hier. So. Haben wir's. Hm. Sehr schick. Schwarz jetzt. Schwarz reifen. Hier. Haben wir noch das gemacht. Wie sieht's hier aus? Ein bisschen nur. Jawoll. Mhm. Geld haben wir noch. Haben wir frei. Sehr gut. So. So sieht's von vorne aus. Na. Schau mal jetzt. Schau mal jetzt. Pfff. Wow. Das schaut richtig geil aus. Yeah. Das fällt mir. Ja. Ja. Könnte man ja eigentlich dann auch noch schlafen. In der Folgen. Könnte man auch schaffen. Ja. Ja. Wow. So. Aber wir schaffen's doch nicht. Aber ich sag mal tschüss. Bis dem nächsten Mal. Haut rein. Ja. Und noch ein dickes Asphal. Und. Tschüss. Tschau. Tschau.